Jo, was geht's Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir tippen jetzt die Divisional-Runde der NFL-Playoffs an und als Erster spielt San Francisco 49ers gegen die Miami Minnesota Vikings. Das gewinnen die 49ers knapp mit 30 zu 28. Dann spielen um morgen Nacht, also heute Nacht um 2.15 Uhr die Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans. Das gewinnen die Titans mit 22 zu 20. Dann morgen um 21.05 Uhr die Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans, der das letzte Spiel in den Wildcard Games der Playoffs von den Texans gewinnen hat. Die haben ein 16 zu 0 aufgeholt. Und am Ende stand 22 zu 19 für die Texans. Was die also für eine Moral in dieser Mannschaft haben, das ist Wahnsinn. Deshalb tippe ich für die Texans. Und dann um 0.40 Uhr von der Nacht von Sonntag auf Montag. Das war's. Green Bay Packers verlieren gegen die Seattle Seahawks mit 29 zu 22 gegen die Seattle Seahawks. So, das war's also von der Division Roundup Player. Wenn euch das Video gefallen hat, presst den Daumen nach oben, so weit wie es geht. Und abonniert fleißig für andere NFL-Videos oder NBA-Tippspieler oder Bundesliga-Tippspieler oder Jungs-Rats-Tippspieler. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.